Wer zurück in die Heimat möchte, der ist beim Rückkehrertag genau richtig. Ehemalige Lausitzer können sich über die aktuelle Lage in der Region informieren. Egal ob Arbeit, Studium, Wohnraum oder Kindertagesbetreuung. Das Angebot ist vielfältig. Die Agentur für Arbeit Cottbus führt diesen Tag jedes Jahr zwischen den Feiertagen durch. Wir haben so viele Stellen, dass wir große Schwierigkeiten haben, sie zu besetzen. Und da schauen wir natürlich auch auf die Menschen, die vor vielen Jahren ihre Heimat verlassen haben, um meistens im Westen einen Job aufzunehmen, die aber die Verbindungen zur Heimat nie gekappt haben. Derzeit sind es 6000 unbesetzte Arbeitsstellen. Darunter zum Beispiel Bankkaufmann, Kinderkrankenschwester oder auch Bauingenieur im Hoch- und Tiefbau. Vor Ort können sich Interessierte direkt bei der Agentur für Arbeit beraten lassen. Auch Vertreter der HWK und IHK sind dabei. Die Stadtverwaltung berät zu Schulen und Kitas, die Gebäudewirtschaft Cottbus über Wohnungen und Gewerberäume. Weggezogene haben gute Chancen, sich in der alten Heimat etwas aufzubauen. Wer sich sicher ist, dass er zurück in die Lausitz möchte, kann schon jetzt Kontakt aufnehmen. Unter der E-Mail cottbus.willkommen.arbeitsagentur.de bekommen Interessierte hilfreiche Informationen. Die Ansprechpartner suchen regelmäßig nach passenden Jobangeboten. Diejenigen, die lieber eine persönliche Beratung haben möchten, können am 27. Dezember zum Rückkehrertag kommen. Der geht von 10 bis 13 Uhr im Rathaus Cottbus am Neumarkt 5.